Nach mehreren Lawinenabgängen in den österreichischen und Schweizer Alpen haben Rettungskräfte die Suche nach Verschütteten aufgenommen. Im schweizerischen Andermatt konnten bislang zwei Leichtverletzte geborgen werden. Nachdem in der Region in den vergangenen Tagen viel Neuschnee gefallen ist, herrscht dort derzeit die Lawinenwarnstufe 3. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung bedeutet das eine erhebliche Gefahr. So könnten Lawinen schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, die abseits der markierten Pisten fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017